RNA-Impfungen. Verändert das jetzt unser Genom, also unser Erdmaterial oder nicht? Hallihallo ihr Lieben. Ich bekomme jetzt immer wieder so Anfragen, das ist ja nicht so oder das ist doch so oder wie ist das? Und ich habe schon einmal ein Video zu dem Thema gemacht und habe mich wahrscheinlich nicht gut genug ausgedrückt. Dafür möchte ich mich entschuldigen und deswegen gibt es jetzt hier diese Korrektur. Wie immer geht es nicht um meine Meinung, sondern es geht um Muster und indem wir uns vernetzen, werden wir bewusster. Genau deswegen mache ich solche Videos. Vorweg einmal, wieso sollte man genetisches Material jemanden initiieren? Was ist der Sinn? Was soll das bringen? Das genetische Material an sich, das würde sofort von unserem Immunsystem erkannt werden und es würde zerstört werden. Das heißt, ich muss dieses genetische Material irgendwie verpacken und wie verpackt man dieses genetische Material? Meistens mit einem modifizierten Virus. Das macht man oder das macht man schon seit 20, 30 Jahren zum Beispiel mit Mäusen, mit Mäusezellen so. Man nimmt sich eine Eizelle, man nimmt sich also eine spezielle Zelle, die am Anfang sozusagen dieses Lebewesens ist, infiziert diese Zelle mit einem Virus. Dieser Virus ist modifiziert. Das heißt, man lässt die Sequenzen über, die das Virus braucht, um in die Zelle zu gelangen, gibt dann zu dem Virus jene Sequenzen, die man selber vermehrt haben möchte oder die man dann in all den anderen Zellen haben möchte und befruchtet diese Eizelle und dann entstehen daraus genmodifizierte Mäuse. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man das machen kann. Man kann das genetische Material auch mittlerweile direkt oder konnte dann irgendwann einmal direkt in den Zellkern injizieren und die Infektion mit diesen Viren, die behielt man sich bei für schon ausgewachsene Mäuse, für lebendige Mäuse. Und jetzt ist natürlich das Problem, wohin kommt jetzt dieses genetische Material? In welche Zelle kommt das genetische Material? Denn wenn wir von unserem Körper reden, dann müsst ihr euch vorstellen, eine Zelle, wenn ich jetzt eine Hautzelle da von mir rausnehmen würde und ich würde das ganze genetische Material dieser einen Hautzelle aufrollen, dann hätte ich einen Faden von ca. 2 Meter. Würde ich meine ganzen Zellen, also meine Leberzelle, meine Herzzelle, meine Lymphzelle, alles was in mir so an Zellen vorhanden ist, würde ich da das genetische Material aneinanderreihen, dann könnte ich ca. 150 Mal zur Sonne und wieder zurück. So viel genetisches Material ist da. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, bist du da, ist ja urviel. Dazu möchte ich euch einen Gegenvergleich geben und das kann man alles nachrechnen, das haben Wissenschaftler auch gemacht. Wenn ich das ganze genetische Material der 7,5 Milliarden Menschen nehme und es zusammentun würde, damit ich es sozusagen komprimiere, damit ich es sichtbar machen kann, dann ist es ca. so groß wie ein Reiskorn. Okay? Nur damit ihr seht, wovon wir da reden, genetisches Material hat noch kein Mensch gesehen. Wir können es nicht sichtbar machen, wir können es nur indirekt sichtbar machen. Ich erzähle da immer dieses Beispiel, wir haben ein Haus und wir vermuten, da ist ein Einbrecher und deswegen streuen wir vor der Tür Sand aus und dann warten wir, was sich tut und am nächsten Tag, wenn wir dann die Spur im Sand sehen, dann erzählen wir so, ja, der Einbrecher, ich glaube, der war 1,60 Meter, hatte blaue Augen und, und, und. Wir haben den Einbrecher nie gesehen. Wir sehen immer nur eine indirekte Spur. Das ist wichtig, dass man diese Dinge so ein bisschen begreift, denn die Wissenschaft, die tappt da in vielen Bereichen im Dunkeln. Wie meine ich das? Und ich erkläre euch dann gleich die Messenger- oder die RNA- oder DNA-Impfungen. Wichtig für euch ist, genetisches Material wird geimpft. Wenn ihr euch hernehmt, 1970 kam Watson und Crick und der sagte, also es waren zwei Wissenschaftler, die sagten, du, das Dogma ist, von der DNA wird es zur Messenger-RNA und dann wird es zu einem Protein. Das war das Watsonsche-Cricksche-Dogma. Das hielt sich so bis 2004. Und wieso hielt es sich bis 2004? Es begann ein Projekt, wo man das ganze Genom des Menschen durchsequenzierte. Also man wollte wissen, wie viele Gene gibt es, wenn ich diesen Faden aufrolle, wie viele Gene gibt es da? Und man sagte, naja, da muss es ca. 100, 140.000 Gene geben, weil der Mensch, der hat ca. 140.000 Proteine. Und wenn ich also sage, da ist die DNA, aus der wird dann übersetzt die Messenger-RNA und dann wird das Protein draus, na dann ist es ja ganz klar, dann muss es 140.000 Gene geben. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, das war dieses Human Genome Project. Das startete 1990 und war 2003, war das dann fertig. Das war dann durchsequenziert und man fand aber nur 23.600 Gene. Boah, die Wissenschaft war fertig. Wie gibt es das? 140.000 Proteine, 23.600 Gene. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann, so wurde auch der Begriff Epigenetik geboren, da sagte man dann, ja Gott, okay, also dieses Dogma, welches sich da ja jetzt zu lange gehalten hat, wofür Wissenschaftler denunziert wurden, die sagten, du, irgendwas stimmt da nicht, wofür manche Leute als Verschwörungstheoretiker genannt wurden, wenn man dieses Dogma angriff. So nebenbei, das ist immer in der Wissenschaft so, dass ein paar Wahnsinnige irgendein Dogma aufstellen, mit diesem Dogma wahnsinnig viel Geld machen und verdienen und jeder, der sich da dagegen kritisch äußert, ist sofort ein Verschwörungstheoretiker oder ein Sexualverbrecher oder ein Rechter. Das ist etwas, so funktioniert, wie wir mit Wissen umgehen. Wir verfolgen nie die Erkenntnis, sondern es werden immer irgendwelche Behauptungen aufgestellt und weil sie gerade ins Narrativ passen und weil man gerade damit Geld verdienen kann, dann wird an dem festgehalten, bis irgendwann die Entwicklung der Menschen soweit ist, dass man an diesem Narrativ nicht mehr festhalten kann. Und dann gibt man halt so klein bei, so nachdem, ja, wir haben es eh schon immer gewusst, ja, na, ist halt so. Keiner schreit dann auf und sagt, Ui, Scheiße, ich habe da einen Blödsinn gesagt, weil da ist dann wieder das Ego, man ist dann still, das geht dann so unter, auch das Volk, die sich dann für diese falschen Wissenschaftler in die Bresche gestellt haben, auch die sind dann ruhig, weil das Ego, das tut dem ja nicht gut, wenn man das jetzt korrigieren muss. Geh, vergessen wir es, draußen ist eh so schön, gehen wir schwimmen. So funktioniert das also. Das heißt, man hat da gesehen, dass an diesem ganzen Dogma etwas nicht stimmen kann, weil man viel weniger Gene hatte und ja, man merkte dann, dass das genetische Material in jeder Zelle ist immer nur zum Teil aufgerollt und die Proteine, die das sozusagen steuern, koordinieren, da nennt man einige dieser Proteine Histone, denen hat man die Wortwiese Histone gegeben, die rollen also je nachdem, in was für einer Zelle ich mich befinde, rollen die einen Teil des genetischen Materials auf und dieser Teil wird dann immer wieder in Proteine übersetzt und der andere Teil, der schlummert da vor sich hin und ist kondensiert, der ist zusammengeknült, aufgerollt, ganz eng komprimiert im Zellkern, der wird nicht in Proteine übersetzt, der wird nicht transkribiert. Und wovon hängt das ab? Von der Funktion der Zelle. So haben zum Beispiel die Zellen in der Haut, die müssen andere Stoffe produzieren als die Leberzellen, andere Proteine oder die Leberzellen, andere Proteine als die Herzzellen oder als die Muskelzellen. Jede dieser Zellen, die ist ja hoch spezialisiert. Ihr wisst ja noch von der Schule vielleicht, die Muskelzelle, wenn ich da jetzt so anspanne, die besteht aus diesen Aktinmyosin, das sind Proteine, die sind in der Lage, sich zusammenzuziehen, das heißt in der Muskelzelle ist es wichtig, dass dieser Bereich von der DNA, wo der für Aktinmyosin kodiert, dass der aufgerollt ist. Und was hat es jetzt mit diesen Impfungen an sich? Oder was ist die Idee dieser Impfungen? Die Idee dieser Impfung ist, dass, früher war es also so, dass ich habe einen, oder das ist die Idee der Impfung, wobei bitte, generell das Thema Impfung ist in der Hardcore-Medizinischen Community, auch in der Molekularbiologischen, nicht ausdiskutiert. Das ist nicht so, dass alle Wissenschaftler sagen, ja, Impfungen sind super und die bringen was. Da gibt es schon sehr, sehr viele, die das sehr kritisch betrachten. Das Problem ist jedoch, dass die natürlich keine finanziellen Interessen der Wirtschaft verfolgen. Die verfolgen, wenn dann nur eure Interessen, und somit werden sie platt gemacht. Sie werden nicht gehört oder sie werden denunziert. Gut, aber wie ist das jetzt mit diesen, wenn ich genetisches Material impfe? Der Sinn, wenn ich genetisches Material impfe, ist, dass ich eine Zielzelle anvisiere, irgendein weißes Blutkörperchen und dieses weiße Blutkörperchen baut dann diese Information, dieses genetische Material in sein eigenes genetisches Material ein. Und ich wähle natürlich diese Zielzelle so aus, dass ich schon erahne circa, okay, diese Zielzelle hat diesen Bereich entfaltet, den sozusagen kann die Zielzelle exprimieren. Und wenn ich da jetzt ein neues Stück hinzutue, dann muss ich nur darauf achten, dass diese Sequenz, die ich da hineinfüge, in dem aufgerollten Bereich sich einfügen lässt. Es verändert natürlich nicht, das gesamte genetische Material braucht es ja auch nicht, weil wieso sollte eine Herzzelle oder eine Muskelzelle irgendetwas verändert haben, und die produziert ja keine Antikörper, die produziert ja keine Proteine, die für die Immunabwehr wichtig sind, sondern Ziel ist, dass man also nur spezielle Zellen hernimmt, die B-Lymphozyten, besser gesagt die Zellen, aus denen die B-Lymphozyten werden, Plasmazellen hernimmt und dort dieses genetische Material einfügt, dass dann diese veränderten Plasmazellen, veränderten B-Lymphozyten, dass die dann von sich aus alleine Antikörper produzieren, weil bisher war es so, wir haben die Oberflächenstruktur dessen geimpft, wogegen wir sozusagen eine Immunität wollten, ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ich nehme mir die Stubenfliege, dagegen gibt es bitte keine Impfung, aber es ist nur einfacher gedacht, und ich will, dass der Körper immun wird gegen die Stubenfliege, dann nehme ich mir irgendetwas aus dieser Stubenfliege, zum Beispiel einen Teil des Flügels, oder einen Teil der Oberflächenschuppen heraus, initiiert es den Menschen, dann kommen meine Fresszellen, sowas bis jetzt immer, diese Fresszellen fressen dieses Hautschüppchen, bereiten es auf, und geben dann dieses aufgearbeitete Protein an B-Lymphozyten weiter, und der B-Lymphozyt beginnt dann, gegen dieses aufgearbeitete Protein Antikörper zu bilden, das war der bisherige Weg, und jetzt will man das eben anders machen, dass man sagt, du, ich präsentiere den B-Lymphozyten, oder diesen Makrophagen, die das dann aufarbeiten, nicht mehr das Antigen, man nennt diese Struktur, gegen die man impfen, also wo man den Impfstoff haben will, das Antigen, sondern, ich gebe gleich die Information in den B-Lymphozyten hinein, und das hat wahnsinnige Probleme, und das hat man im Tierversuch ja schon gesehen, das erste ist einmal, und denkt da an dieses Beispiel, was ich euch gesagt habe, würde man das ganze genetische Material, der siebeneinhalb Milliarden Menschen, zusammennehmen, dann wäre es circa so groß, wie ein Reiskorn. Wir wissen nie genau, was da sozusagen in jeder Zelle offen liegt, also transkribiert werden kann, oder eben als Konvult nicht transkribierbar ist. Das wissen wir nicht so genau. Wir wissen auch nicht so genau, wie das Material, was wir da in den Körper einbringen, wohin, zu welcher Zielzelle das kommt. Jede Zielzelle hat gewisse Oberflächenstruktur, jede Zielzelle hat eine gewisse antigenetische Struktur. Das heißt, man kann es ja wohl unterscheiden zwischen Leberzelle, Muskelzelle, Hautzelle, man kann auch unterscheiden zwischen den einzelnen Immunzellen, aber da gibt es häufig Kreuzreaktionen, da gibt es häufig Veränderungen. Das ist nicht so, wenn man im Labor eine Zelle anvisiert, dass dann immer mit 100% diese Zelle dann auch wirklich getroffen wird. Das ist nicht so. Da gibt es sehr viele Fehlreaktionen, Kreuzreaktionen, es werden andere Zellen aktiviert, und so noch. Das weitere Problem ist, wenn ich dieses genetische Material in diese Zielzelle einführe, und diese Zielzelle hat wirklich den Bereich eröffnet, den ich mir wünsche, das heißt, der Bereich des ganzen Genoms ist eröffnet, wo ich meine Sequenz einbauen will, dann kann aber noch immer, oder da können noch weitere Probleme entstehen, dass durch diesen Einbau, der auch nicht so ganz genau vorhersagbar ist, man arbeitet da mit verschiedenen Enzymen, man arbeitet da mit verschiedenen Codes, wo man hofft, okay, dieser Code ist jetzt komplementär zu dem Code, und dann sollte der eigentlich zusammenpassen, aber das in der Praxis, wissen wir, funktioniert das nicht immer 100%ig. Und dann kann es zu genetischen Materialverschiebungen kommen, man nennt das zum Beispiel Punktdeletionen, Shiftmutationen, da wird genetisches Material verrückt, und ihr könnt es euch das so vorstellen, ihr habt eine Seite, ein Buch, und da habt ihr Wörter, und jedes Wort ist von dem nächsten Wort durch einen Abstand abgegrenzt, und dann habt ihr auch einen Punkt, dann habt ihr irgendwann einen Beistrich, und wenn ihr das lest, die einzelnen Wörter, dann ergibt es einen Satz, und es ergibt einen Sinn, und jetzt stellt es euch vor, ich nehme irgendeine Aneinanderreihung von Buchstaben, und füge das auf die Seite ein, und ignoriere dabei aber die Punkt, Beistriche, Abstände, sondern füge das ein, und alle anderen Bereiche werden nachgerückt, und somit entstehen ganz neue Wortkreationen. Viele Wörter werden plötzlich keinen Sinn mehr ergeben, und der ganze Satz wird durcheinander gebracht, und genau das beobachtet man auch im Tierversuch, und plötzlich wurden zum Beispiel Onkogene, das heißt, jede Zelle hat die Eigenart, sie hat genetisches Material, welches der Vervielfachung der Zelle dient, welches dem Tod der Zelle dient, und sogenannte Onkogene, das ist eine Gruppe von Genen, die zum Beispiel den Tod der Zelle verhindern, und wenn die zu viel aktiviert werden, dann beginnt sich die Zelle plötzlich wie wild zu teilen, weil die Zelle, auch das Leben der Zelle, also der Anfang der Zelle, und dann die Funktion, das Leben und das Ende der Zelle, auch das ist im genetischen Material programmiert, das heißt, all das findet man im genetischen Material, und das wird immer wieder so abgespult, abgespult, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Buch, das ihr lest, 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 und wenn ihr zur letzten Seite kommt, macht ihr das Buch zu, und es ist erledigt, und genauso ist es bei der Zelle, wenn sie zum Ende ihrer Tage kommt, dann werden Prozesse in der Zelle gestartet, man nennt das die Autolyse, oder den programmierten Zelltod, die Apoptose, programmierte Zelltod, und die Zelle beginnt sozusagen, sich selber aufzulösen, es werden die Enzymaktivität beendet, die Proteinaktivität, die Proteinsynthese wird beendet, sie löst sich aus dem Zellverbund, das heißt, die Zell-Zellkontakt-Proteine, die werden beendet, das Zytoskelett, das Zelle wird verändert, und sie wird für Fresszellen verdaubar gemacht. Das ist alles ein Prozess, das findet in eurem Körper millionenfach immer wieder statt, das heißt, es werden Zellen geboren, es sterben Zellen, und das ist ein ganz, ein genau durchgeplantes Orchester, und wenn man dieses Orchester durcheinander bringt, dann können daraus bösartige Tumore, kann Krebs, im Volksmund Krebs, also ein Karzinome, entstehen. Und das hat man im Tierversuch zigmal schon beobachtet. Man hat beobachtet, dass wenn man dieses genetische Material impft, dass dabei Autoimmunerkrankungen entstanden sind, dass Tumore entstanden sind, und, 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 und. Und jetzt will man sozusagen solch einen Impfstoff am Menschen ohne großartige Tests, ohne großartige, und das stößt natürlich dann einem Menschen, der sich damit beschäftigt hat, oder beschäftigt, das hört sich überhaupt nicht gut an. Wenn man dann natürlich noch weitere Muster hat, dass man hört, da hat der Herr Bill Gates, der kommt also aus einer Eugenik-Familie, sein Papa war bei Planned Parenthood, seine Mutter bei IBM, bei Watson, die haben beide die Nazis finanziert, Kuckucksklan finanziert, da gab es Zwangssterilisationen, also die kommen aus einem Dunstkreis, wo die Menschen glauben, es gibt zu viele von uns, das ist nichts Neues, jede Hochkultur hat dann immer so eine Elite, die dann völlig abgehoben ist vom Volk, und also glaubt, das Volk ist eigentlich das Problem, das beobachtet man in jeder Hochkultur. Wenn ihr euch mit Hochkulturen auseinandersetzt, Hochkulturen kommen, gehen, kommen, gehen, also das ist jetzt nichts, und es ist auch dem Herrn Bill Gates jetzt nichts Persönliches, der kann ja nichts dafür, dass sein Vater aus diesem Dunstkreis ist, und der kann auch wieder nichts dafür, weil natürlich der Großvater, die war wahrscheinlich vernetzt, und so ergibt das eine das andere, und wenn man das dann so aneinander reiht, dann hat man dabei kein gutes Gefühl. Ich sage jetzt nicht, dass ein Bill Gates uns dezimieren will. Ich kann das nicht beweisen, aber ich kann mir Gedanken zu dem Ganzen machen, und ich kann eins und eins zusammenzählen. Und wenn ich dann weiß, weil man muss immer so ein bisschen eine Gegendarstellung zu dem machen, was wir so aus dem Mainstream hören, weil vom Mainstream, da höre ich die ganze Zeit vorerst, der Bill Gates, na mei, ist das ein lieber, ist das ein guter, ja, der Philanthrop, wieso sagt man denn nicht im Mainstream, du, der investiert in die sechs größten Rüstungskonzerne, würde das ein Philanthrop machen? Also ich mache es nicht, ich habe ein paar Aktien, aber ich habe nur in Projekte investiert, in die Seidenstraße, also in Dinge, die den Menschen dienen, Straßenbau, Eisenbahnbau, ja, man kann ja in Aktien investieren, ist ja kein Problem, aber wieso investiere ich dann in Rüstung? Na klar, weil ich dort die größte Rendite habe. Und jeder, der sich mit Aktien auskennt, der weiß das, aber das spricht nicht für Philanthropie. Wenn ich dann weiß, dass er aus einem Dunstkreis kommt, wo die ganze Familie, also mit diesem Rassenwahnprogramm und mit diesem Rassenwahn eigentlich immer wieder vergesellschaftet war, dass die auch Aktionen gestartet haben, Zwangssterilisationen bei behinderten Menschen, bei Menschen, die vielleicht geistig jetzt nicht so begabt waren, naja, dann fühlt es sich nicht gut an, wenn ich dann noch höre, dass er jetzt auf Druck eine Impfung durchpeitschen will, die nicht genau untersucht ist und wenn das Ganze im Hintergrund einer Plandemie passiert. Und da würde ich bitte alle Kritiker, die da sagen, ja, Pelski, du bist der Verschwörer, nicht böse sein, aber wie würde sich das für euch anfühlen, wenn ihr diese Informationen hättet und wenn ihr dann einfach nur aufzeigt, und sagt, du, darf ich eine Frage stellen, nämlich, ich bin damit jetzt nicht ganz glücklich, weil wo sind die evidenzbasierten Daten, wo kann man nachlesen, dass das im Tierversuch schon geklappt hat, im kleinen Menschenversuch schon geklappt hat, diese Studien, wenn sie ausgerollt werden oder wenn etwas am Menschen ausprobiert wird, das sollte ja einen genauen Durchlauf durchlaufen, und da hat ja die Medizin etwas etabliert, wo sie sich Gedanken gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir müssen es einmal in vitro beweisen, also im Labor beweisen, wir müssen es dann in vivo beweisen, an ein Tiermodell, gut, wenn wir es dort bewiesen haben, dann muss es dann langsam an kleinen Gruppen getestet werden, am besten Multicenter, doppelblind, Placebo kontrolliert, bla, 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 und erst dann nach ein paar Jahren, wenn man es eindeutig sieht, dass das auf dem Papier klappt, dann erst am Menschen. Das hat sich die Medizin erarbeitet, wird eh meistens nicht so gemacht, sondern die Papers werden dann gefälscht, und, und, und. Ich rede sehr häufig darüber in verschiedenen Videos, ihr findet eine Playlist auf meinem privaten Kanal, die nennt sich Es geht nicht um eure Gesundheit, um deine Gesundheit, und da muss es einfach erlaubt sein, dass man dann diese Fragen stellt, und es wäre schön, wenn sich dazu dann, oder nicht jemand äußert, sondern es wäre schön, wenn es dazu Publikationen gibt, fundierte, evidenzbasierte, aber die gibt es eben nicht, sondern man bringt dann wieder im Mainstream, nein, das genetische Material wird ja gar nicht verändert, nein, ist ja klar, dass nicht das ganze genetische Material verändert wird, und auch nicht, dass meiner Geschlechtsorgane, also das meiner Geschlechtszellen, Spermien oder Ovarien, wobei auch das nicht einmal auszuschließen ist, weil natürlich könnte man, und ich spinne jetzt den Gedanken weiter, in den Menschen etwas initiieren, das nicht als Zielzelle den P-Lymphozyten, oder irgendeinen Makrophagen, oder was weiß ich was hat, sondern als Zielzelle die Ovarien hat, oder die sperma-produzierenden Zellen hat, und dann würde das natürlich wieder ganz anders ausschauen, weil dann würde wirklich mein genetisches Material, was ich an die nächste Generation weitergebe, verändert werden. Wie können wir ausschließen, dass das nicht passiert? Und ihr seht, da gibt es wahnsinnig viele Fragen, und bitte, weil immer wieder dann Leute sagen, ja, auslauf, du bist da ein Experte, nein, ich bin überhaupt kein Experte, ja, das ist auch noch wichtig, nur weil ich hier mit ein paar Worthülsen herumschmeiß, heißt das ja nicht, dass ich Experte bin, ich hatte das Glück, ich durfte zwei Jahre in einem molekularbiologischen Labor arbeiten, und konnte da viel sehen, und habe mir da sehr viel Wissen anlernen können, und habe parallel zu meinem Humanmedizinstudium, mich mit der Molekularbiologie intensivst beschäftigt, und habe eben gemerkt, dass das alles so bimaldauern ist, so wie in der Medizin auch, und genau das hat mich dann veranlasst, dass ich gesagt habe, du, ich gehe den Weg, und ich werde mit Menschen arbeiten, ich möchte im Spital arbeiten, dann wollte ich die Kieferchirurgie machen, habe die Kieferchirurgie auch gemacht, und habe aber gesehen, wie es da wieder in den Spitälern zugeht, und habe mir gedacht, du, na, also eigentlich, das trug ich auch nicht durch, und es führt kein Weg vorbei, du musst dich selbstständig machen, und durchs große Glück, konnte ich dann mit dem Internet eine Orde aufbauen, wo ich heute, und ich sage das in vielen, vielen Videos, ich konnte mit dem Internet durch Zufall eine Orde aufbauen, wo ich aus Krankheit kein Geschäft machen muss, weil so viele Menschen zu uns kommen, dass ich sie objektiv auf Augenhöhe, und wie wenn es die eigene Mama, wie wenn es die eigene Tochter wäre, aufklären darf, und das thematisiere ich in vielen Videos, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, dass wir ein System haben, wo nur ein paar wenige durch Zufälle in der Lage sind, die Menschen objektiv aufzuklären. Ihr findet es, ich rede darüber schon seit über zehn Jahren, das heißt, ich bin kein Experte, ich bin ein Boulevard-Experte, ich kann die Sachen beurteilen, ich kann hineinblicken, und ja, es wäre schön, wenn man mit den Hardcore-Wissenschaftlern darüber reden könnte, aber, die kommen nie vor die Kamera, das heißt, die Wissenschaftler, die jetzt, wenn euch präsentiert werden, ein Herr Drosten und wie sie alle heißen, oder der Herr Streeck, und ich habe nichts gegen diese beiden, aber das sind auch nicht Hardcore-Wissenschaftler, das sind auch nicht die, die wirklich, das sind bezahlte Leute, das sind Leute, die durch Seilschaften sich nach oben gehandelt haben, das sind Leute, die mehr das Geld verfolgen, aber nicht die Wissenschaft, die wirklichen Hardcore-Wissenschaftler, die Tag und Nacht, und ich habe solche Leute kennenlernen dürfen in meiner Laufbahn, das sind Leute, die kennen kein Weihnachten, keine Feiertage, kein Anfang, kein Ende, die sind so fasziniert von der Erkenntnis, die verfolgen die Erkenntnis und die arbeiten Tag und Nacht in ihren Labors, und, 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 die interessiert nicht Geld, die interessieren keine Paarungsrituale, die interessieren keine gesellschaftlichen Dinge, die wollen von dem meistens Ruhe haben, und mit solchen Wissenschaftlern wäre es natürlich sehr interessant, sich auszutauschen, das Problem häufig ist, dass die so ein bisschen mit der Gesellschaft ein Problem haben, die sind so ein bisschen soziopathisch, ja, das Wort ist grausam, aber die sind halt in ihren sozialen Kontakten nicht so bewandert, weil sie eine Teilbegabung haben und die leben sie dann noch aus, und mit solchen Leuten müsste man sich unterhalten, da würde es dann vielleicht so Leute brauchen wie mich, die das dann in Worthülsen kleiden, diese Erkenntnisse, was man von denen hört, die dann in Worte kleiden und es dem Volk verständlich erklären, weil mit dem will sich der Hardcore-Wissenschaftler gar nicht beschäftigen, der möchte einfach nur mit schnellen Worthülsen erklären, worum es geht, und da verwendet er natürlich sein Fachvokabular, und das Fachvokabular müsste man dann langsam einmal übersetzen in ein Patientendeutsch, ja, so könnte man das umschreiben, und das wäre ein Weg, den man gehen könnte, und das, was jetzt aber passiert, man sagt dann, ja, du, Erslauf, kannst du das, ich kann das selber, ich stehe ja nicht dort und mache das tagtäglich, und ein Herr Drosten, der macht das auch nicht tagtäglich, weil der macht nur einen ganz, einen gewissen Bereich tagtäglich, nämlich jedem Bereich, der Bill Gates viel Kohle bringt, und somit ist das natürlich nicht mehr mehr objektiv, und somit kann man sich von dem auch keine objektive Aussage mehr erwarten, das sieht man schon alleine bei dieser ganzen Plandemie, wie er Viren darstellt, weil, würde es ihm um Objektivität, um Erkenntnis gehen, dann würde er mal sagen, woher Viren eigentlich kommen, dass Viren Produkte sind von menschlichen Zellen, tierischen, pflanzlichen, Pilzzellen, in der Molekularbiologie heißen sie Exosomen oder extrazelluläre Vesikel, die Hauptfunktion von dieser Information ist nicht, dass es jemanden krank macht, sondern dass eigentlich evolutive Prozesse gestartet werden, dann würde er dieses Bild bringen, aber es hat einen Grund, wieso er die ganze Zeit vor Killer-Viren und so gefährlich, und der redet ja schon seit der Schweinegrippe, und seit, ich weiß nicht, versucht er diese Pandemien immer wieder in Gang zu treten, damit er irgendeine Bedeutung bekommt, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob der weiß, worum es eigentlich wie der Bill Gates geht, weil bei einem Bill Gates hat man wieder den Eindruck, der verfolgt wieder andere Interessen, Schlagwort Bevölkerungsreduktion, Schlagwort Kontrolle, Einschleusung ins Internet mit Nano-Impfungen, und so hat jeder so seine Teilinteressen, und das Volk wird mit Informationen bombardiert, die entweder falsch sind, oder die Stimmung in eine ganz gewisse Richtung lenken sollen, und dagegen lehnen sich diese Verschwörungstheoretiker auf, dass sie dann sagen, du hörst auf, mit diesen Spielchen redest doch einmal über die Thematik in vollem Umfang, damit das Volk, ist ja interessant, ja, es ist ja interessant, wenn wir über Viren jetzt beginnen zu reden, bis vor einem halben Jahr haben die meisten nicht einmal gewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen Virus, Bakterium, Parasit, ja, mittlerweile ist das Bewusstsein enorm gestiegen, die Leute informieren sich, sie wollen es wissen, sie sind ja toll, aber dann bitte informieren wir das Volk doch nicht so einseitig, nämlich immer nur aus der politischen Ebene heraus, ja, und die politische Ebene, bei der Politik geht es immer nur um Macht und Kontrolle, das ist klar, aber dann informieren wir das Volk doch auch einmal von der anderen Seite, nur daran ist wieder der Mainstream nicht interessiert, weil ja der Mainstream von der Politik finanziert wird, Schlagwort Zwangsabgaben, diese 9 Milliarden, die der Mainstream jedes Jahr in Deutschland bekommt, von der Politik, diese Medienförderungen und so ist das alles verflochten und wer bleibt auf der Strecke? Der Mensch, das Volk und das finde ich schade und ich hoffe, dass ihr dieses Video teilt, dass ihr darüber redet, es wird also nicht das ganze genetische Material verändert, sondern nur gewisse Zellen, aber natürlich der Sinn ist und deswegen schleuse ich ein genetisches Material ein, damit irgendeine Zielzelle dieses genetische Material aufnimmt, es in das eigene Genom einbaut und dann diese Sequenz transkribiert und dadurch neue Proteine macht und ich habe ein Video gemacht zu dem Talk im Hangar mit der Schröder, wo man einfach sieht, selbst die Leute, die eigentliche Ahnung davon haben sollten, sind völlig ahnungslos und das ist halt traurig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr Fragen habt, rein damit unten in den Kommentaren und ich werde natürlich immer wieder darauf reagieren, in diesem Sinne alles Liebe.